Also hier in der Kamera kannst du dich ganz deutlich sehen. Da sind drei und da sind drei und da ist einer ganz oben. Wisst ihr, was das ist? Ne, wir können es auch anwesend. Vielleicht sind das so ein paar andere Leute, die uns besuchen wollen hier. Ja, haben wir viel übernachgedacht. Das ist doch heute noch so ein bisschen verblüht, ja. Ja, der ist weg. Ja, ob er verblüht ist oder ob er weg ist. Ja, denn das ist ja seltsam. Ja, das kann ich nicht sagen, aber nee. Ja, das sieht bald so aus, du. Ne, da müssen mehrere kleine, kleine Fluchobjekte sein, aber was für, was für Dinge hat er, weiß ich auch nicht. So, und der eine ist jetzt ganz, ganz schwach. Ja. Ne? Du, in der Kamera siehst du das auch noch heimlich gut. Ja? Ja. Guck mal, wie die dich verändern. Ja. Die sind aber ziemlich weit weg, Wehno, weißt du das? Ja. Ja, das ist gar nicht so blöd. Äh, das ist das denn gesagt, ich meine meine ganze Luftballonze. Mensch, Luftballonze? Nee, dann blieben nicht. Guck mal, jetzt kannst du nur noch vier Stück sehen, die anderen sind versponnen. Guck mal, die vergrünen. Die andere da. Die vergrünen richtig, die sind, als wenn sie weg sind. Guck mal jetzt. Ich muss rein.